Das ist Zwiebeln. Das ist Knoblauch? Ja das ist Knoblauch. Das ist doch kein Zwiebeln mehr, das ist Knoblauch. Ich schwöre, das ist ein Zwiebeln. Er fragt, was das Zwiebeln ist. Das ist Knoblauch. Servus Leute, was geht ab? Und willkommen bei einem neuen Video. Ja Freunde, heute haben wir was ganz besonderes vor. Mit den Seko und Joni. Was geht ab Jungs? Bro, was geht? Alles gut bei dir? So Freunde, du bist alles gut. Danke. Dankeschön Bruder, bei mir auch. Ja Bruder, bei mir ist auch alles gut. Ja Leute, bald ist Weihnachten. Ein Kochrezept zeigen Leute von uns, was ihr nachkochen könnt. Auf jeden Fall Freunde, gibt es heute Garnelen mit? Reis Digga. Das Ding ist Digga, das Problem ist, die Frauen sind uns leider ausgefallen. Die sind alle im Urlaub, deswegen machen wir das gerade so heute. Wir müssen ja auch irgendwie essen und klarkommen. Ich muss selber persönlich gestehen, weil ich habe noch nie Garnelen gegessen, Freunde. Die ganze Krasse. Ja, einfach mit dem Reis Leute. Ja, zwei Tüten? So Leute, als... Ey, die Schritte nicht erklären Bruder, oder? Nur den Reis. Nur wenig Wasser. Das Wasser kriegt. Ja, aber sag doch. Das ist das allererstes. Das ist ein geiler bisschen. Das ist ein Seco-Laure. Das wäre kein Rezept, so wie bei McDonalds. So und so. Scheiße. So Freunde, als erstes mal schon Reis hier kochen. Das ist ein Seco-Seine. Und was ist denn meine? Das ist Bescheid, weil wir müssen mehr rein. Ja, wir brauchen den Reis. Das ist gut. Und das ist ein Seco-Eink. Also herrscht. Das ist ein Seco-Eink. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Und jetzt ist gut geht's. Oh, das ist gut. Und jetzt wird auch noch ein Seco-Eink. Und jetzt ist gut. Ganz wichtig Leute, dieses Öl, womit ihr eure Garnelen angebraten habt, niemals auskippen oder sonst was, Freunde, denn das braucht ihr später für die Soße. Ihr nehmt jetzt Sahne und schüttet ein bisschen Sahne drüber, Freunde. So, dann schüttet ihr die Sahne rein und ihr müsst erstmal schön umdürfen. Leute, auf jeden Fall folgt mir alle auf Instagram, sehr wichtig. Und Snapchat. Und abonniert unseren Kanal, SKK und Seko und Blackposs und Glock aktivieren, sehr wichtig, Leute. Leute, folgt mir auf, bitte. Oh, die riechen gut, aber ich muss wirklich sagen, die riechen gut. Könnt ihr mir aufholen, bitte? So, bitte, da sind doch nur zwei Brötchen, lass uns doch die hier essen, ne? Die sagt, nein, das geht nicht. Ich stehe mich so in mein Brötchen, ne? Und Seko sitzt neben mir, er steht da so, ich so, bitte lass uns mein Brötchen essen. Und die sagt, nein, ihr müsst rausgehen. Dann machen wir zu wegen Nachtschall, ne? Und so, mein Brötchen, ich hab so eine Hand und so. Dann müsst ihr mich bitte hier essen. Und dann sagt, geh ich raus. Ich sag, bitte. Es gibt mir noch Trink, ey. Ist das die gesagt? Die so, nein, das geht nicht und so. Ja, Freunde, wir fordern Crispy Rob zu einem Kochduell heraus, ey. Wer ist das? Oh, Crispy Rob, Digga, der macht das geilste Essen im Moment. Echt? Oh, hey. Warte, warte, runterdreh, runterdreh, scheiße, scheiße. Jo, Freunde, jetzt kommen wir zum Fazit. Ich muss ehrlich sagen, es war mega lecker. Look at this, es schneit einfach, ey. Schneid's bei euch auch gerade, Freunde? Ja, Leute, schreibt mal unten in den Kommentar rein, was wir euch als nächstes kochen können. Peace. Outro